Ich fühle dich doch so sehr. Ich weiß, es tut mir leid, seit Kinder draußen bist, ist irgendwie alles schief gemacht. Wir wissen, dass jetzt halt alles besser ist. Soll ich uns unter erzählen, was du es gemacht hast, wie ein Team Hauptsatz? Ein... Du darfst mal die ganzen Nacht durchfatschen, weil man passt. Ja, ich habe einen Moment. Aber ich habe einen Schlafzöger. Die Leo.